Na hallo zusammen, hier ist wieder heutzutage und heute bin ich wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute die erste Episode von meinem kleinen Gold-Tagebuch jetzt hier aus dem neuen Add-On präsentieren. Und dazu, ja, habe ich schon ein bisschen Gold gemacht. Ich wollte eigentlich erst so Mitte, Ende des Add-Ons mit einem Gold machen anfangen. Jetzt haben sich aber so ein paar Gelegenheiten ergeben und ja, jetzt dachte ich, komm, nimmst du ein bisschen was mit. Was ich nicht gemacht habe, kann ich gleich vorweg sagen. Ich habe nicht hunderte Millionen mit Add-On Start gemacht. Da habe ich ganz gechillt hochgelevelt, beziehungsweise dann meine ganzen Collectables gemacht und bin jetzt eingestiegen in der dritten Woche mit Shadowlands. Ja, mit dem Gold machen im größeren Stil sozusagen. Heißt, die ersten zwei bis drei Wochen habe ich nicht viel gemacht. Ab der dritten Woche sind wir eingestiegen und haben jetzt einen Zeitraum von einer Woche, wo wir ja Investitionen getätigt haben. Und dementsprechend wollen wir uns jetzt einmal anschauen, was ich im Postkasten habe und ja, dann noch ein bisschen, was ich so hergestellt habe, wo ich in welchen Markets ich quasi drin bin und euch vielleicht auch so ein paar Tipps zu geben. Ich wollte eigentlich das Gold-Tagebuch dann erst nachgelagert, erst am Ende, wenn ich alle Erfolge und so gemacht habe, angehen. Aber wie gesagt, die Situation ist im Moment relativ gut, um mit Berufen auch Gold zu machen. Vielleicht so eine kleine Grand-Notiz. Ich werde auch ein bisschen was im Postkasten haben vom Add-on-Start. Heißt, da habe ich dann die Sachen, die ich beim Leveln bekommen habe, sofort verkauft, beziehungsweise ich hatte mal Angeln auch auf Max geskilled. Da ist ein bisschen was dabei. Ich hatte Bergbau und Kräuterkunde mit einem Twink auf Max geskilled. Zwar auch, um ein bisschen Gold zu kriegen, aber halt vor allem, um ein Achievement zu bekommen, diese Berufe auf Max zu haben. Dementsprechend ist da auch ein bisschen was da. Wenn wir jetzt hier in den Briefkasten gucken, seht ihr, ist da schon mal einiges an Gold drin. Und hier haben wir insgesamt, seht ihr hier unten, 4,9 Millionen Gold. Also ein halbes Gold-Cap ist allein schon auf der ersten Seite. Ich habe nämlich hier verschiedenste Items im Auktionshaus verkauft. Ich habe nur mit einem Jar zwei Berufe bedient. Und zwar jetzt Schmied und Lederer habe ich bedient. Diese beiden Berufe habe ich relativ teuer auf Max geballert. Und ich würde sagen, wir gucken uns jetzt erstmal, bevor wir das jetzt öffnen, ein paar Daten ein. Und zwar habe ich jetzt hier schon meine alte Liste, die ich vorher schon einmal hier drin gehabt habe, die ich geführt habe, wo wir schon mit verschiedensten Chars auf verschiedenen Servern Sachen verkauft haben, beziehungsweise Boosts angeboten haben zu BFA. Und ihr seht, da ist einiges drin. Da haben wir jetzt hier einen klaren Cut gemacht. Hier sind die verschiedenen Wochen von dem Add-on. Jetzt muss ich mal gucken, eigentlich müsste ich ja, obwohl das passt, ja, in Woche 3 haben wir angefangen. Woche 1 und 2 habe ich, wie gesagt, nichts gemacht. Woche 3 haben wir angefangen. Ich habe auf einem Second-Account, ich kann euch den mal reinziehen, habe ich noch auf allen Chars zusammen 3,98, also 3.988.000. Aber hier mache ich nicht sonderlich viel. Da habe ich zwar jetzt zum Beispiel die Twinks hochgespielt, wo ich gekräuterkundet habe, geangelt habe und so ein bisschen was, zumindest beziehungsweise auch ein paar andere Berufe. Ich habe jetzt mit dem Twink hier Schneider und VZ auch noch auf Max gelevelt. Hat den Grund, weil ich ein paar Materialien für Schmied und Lederer brauche, die ein VZ umverwandeln kann und ich da mir ein bisschen Gold sparge. Aber na, hat nochmal drauf ein. Heißt, wir haben auf dem Second-Account knappe 4 Millionen Gold noch. Die lassen wir raus. Die sind halt meistens auf anderen Servern, nicht auf Antonidas. Und im Moment habe ich mich nur auf Antonidas konzentriert, nur auf meinen Main-Charakter. So, was hatte ich dann auf Antonidas noch? Ich hatte 1,4 Millionen Gold. Also ich bin vor einer Woche, das war auch der Samstag, bei 1,4 Millionen Gold gestartet und habe diese 1,4 Millionen investiert, um erstmal meine beiden Berufe zu leveln, Schmied und Lederer. Und da können wir verschiedene Items herstellen. Und zwar haben wir eigentlich im Groben zwei Pools an Items. Wir haben einmal den Pool der blauen Items. Das sind die hier, sowohl Kette als auch Leder und beim Schmied ist es dann halt Plattengier. Das sind halt Slots von Handgelenken, Schuhe, Gürtel, Hände, Kopf, Brust, Schultern und Hose. Die sind im Auktionshaus auch drin zum Leveln zum Beispiel. Die sind hier zum Beispiel 151. Jetzt sind da welche für 1.000 Gold drin. Wenn wir jetzt zum Beispiel Sachen nehmen wie die Handgelenke, sind die für wenige, genau für wenige 100 Gold drin. Jetzt ist es aber so, dass man die Dinger upgraden kann. Und die kannst du halt auf 168 upgraden, genau. Und die Sachen sind wesentlich mehr wert. Und das können wir machen mit einer Handwerksmaterialie. Und zwar mal des Handwerkers. Und mit der habe ich mich am Anfang, dumm und dämlich hätte ich jetzt fast gesagt, verdienen. Aber ich habe recht gut Gold gemacht tatsächlich. Weil für diese Sachen braucht man nicht sonderlich hohes Grundkapital an Gold. Ihr mögt ja 2 in 1,4 Millionen, das reicht doch vollkommen, um da in den Markt reinzugehen. Es gibt auch diese Legendary Items. Und dafür reicht es nicht. Mittlerweile bin ich in dem Legendary Market drin. Aber hat einfach der Tatsache geschuldet, dass ich das Gold von diesen Blau-Items-Verkäufen immer wieder rausgenommen habe. Und dementsprechend wieder in die Leggy Items investiert habe, um da wiederum mehr Gold zu machen. Also wenn man in diese Legendary Items einsteigen will, braucht man wesentlich mehr Gold. So, jetzt kommen wir aber erstmal nochmal zum Mal des Handwerkers 2 zurück. Die ganzen anderen Sachen von den blauen Items kriegt man alle beim Berufshändler. Dieses Mal des Handwerkers 2 bekommt man nicht von Berufshändlern, sondern ihr braucht bei Venari einen relativ hohen Ruf. Und zwar ist es der Ruf herzlich, wo ihr hier 21.000 Ruf braucht. Das ist der vorletzte Ruf. Also man kann das jetzt noch auf max basteln, auf 21.000. Und dann ist man halt auf der maximalen Rufstufe. Heißt, diese braucht ihr, wenn ihr mit dem Englischen Kleinen spielt, schaut halt einfach, dass ihr quasi hier hinten die 21k habt. Diese Rufstufe braucht ihr. Und dann könnt ihr euch, ich glaube für 300 Stiege oder so, dementsprechend hier das Mal des Handwerkers 2 kaufen. Und dann ist es eigentlich so, dass ihr hier die Sachen, zum Beispiel haben wir jetzt hier die Hände, ihr habt die Mattkosten und könnt dann einfach hier das Mal reinziehen und das Ding herstellen. Das Gute ist, das Item ist dann halt höher. Also wir haben es jetzt hergestellt, ist jetzt 168 und ist halt das x-fache Wert. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier bei den Handschuhen gucke, da habe ich Herstellkosten von 500 Gold oder so. Und wenn ich die jetzt ins Auktionshaus haue, seht ihr, die 51er Sachen sind für 1.200 drin. Und die, ja, die 168er sind halt für 9.000 Gold drin. 500 Gold Herstellkosten ist halt das 20-fache, wie ich es verkaufen kann. Und, ja, das Zeug verkauft sich, ne. Wenn ihr hier reinschaut, das sind alleine die Verkäufer in der letzten Stunde, das ist eine komplette Seite, die ich hier verkauft habe. Und ich habe vieles mehr drin, der Postkasten wird es euch nachher auch zeigen. Also das Zeug geht tatsächlich weg, da equippen Leute ihr Twings. Und das andere, was wir dann noch haben, sind dann diese Legendary Items. Und diese Legendary Items gibt es halt in, ich kann es jetzt mal zeigen, die Hose habe ich schon auf Max gebastelt, in vier Ränge. In Rang 1, 2, 3 und 4. Je höher der Range ist, umso höher sind die Matkosten und umso höher ist das Itemlevel von dem Ding. Und man kann sich halt ein höheres Legendary bauen, ne. Also sowas zum Beispiel, das ist jetzt Rang 3, habe ich mir schon gebaut. Nächste Woche kann man dann erst Rang 4 bauen, weil man noch nicht genug Seelenasche hat. Aber theoretisch, also ich habe auch schon eine Rang 4 Hose verkauft, ne. Jetzt ist aber die Geschichte, man kriegt beim Händler quasi, beziehungsweise beim Lehrer, überall Rang 1. Wenn ich jetzt Rang 2, 3 und 4 kriegen will, muss ich die Teile herstellen. Und zwar immer 15 Mal muss ich sie herstellen. Dann kriegt ihr den nächsten Rang. Heißt, ihr stellt 15 Mal Rang 1 her, habt Rang 2. Stellt 15 Mal Rang 2 her, habt Rang 3. Stellt 15 Mal Rang 3 her, habt Rang 4. So weit, so gut. Das Problem ist, bei verschiedenen Sachen wird es relativ teuer. Wenn ihr jetzt zum Beispiel hier guckt, die Hose, Rang 4 alleine, ist so, dass mir das etwa 100.000 Gold kostet, das Item herzustellen. Auch schon Rang 1 kostet mich wahrscheinlich so 40.000, 50.000 Gold, das Ding herzustellen. Jetzt ist das Problem, da viele Leute das Zeug hochskillen wollen, um mit den höheren Rängen Gewinn zu machen, machst du teilweise mit manchen Items oder mit den meisten tatsächlich Verlust. Zum Beispiel hier, wenn ich Rang 1 von den Ketten Schultern herstelle, dann mache ich mit jedem Item, das ich herstelle, 14.000 Gold minus. Mit jedem einzelnen Item mache ich Minus und ich muss das 15 Mal herstellen. Und dann musst du die anderen erstmal noch verkauft kriegen. Also du brauchst einen riesengroßen Goldbedarf, um ein Item hochzuskillen. Ich habe es mir jetzt mal lustigerweise ausgerechnet. Ich brauche oder ich habe gebraucht für die Hosen, um die auf Rang 4 zu kriegen, habe ich 3 bis 4 Millionen Gold gebraucht, um dieses eine Legendary auf Rang 4 zu kriegen. Natürlich habe ich einige Items, die ich dann wieder verkaufen kann. Also ich habe nicht 3 bis 4 Millionen investiert und die sind dann weg. Aber wahrscheinlich habe ich dann aus dem nur 2 Millionen, 3 Millionen wieder zurückgekriegt. Also man hat natürlich einen großen Punkt, der Verlust ist tatsächlich mit dem Hochskillen. Deswegen, wenn ihr mit den Legendary Items anfangen wollt, dann, wenn ihr nicht Minimum 3, 4 Millionen habt, braucht ihr da gar nicht mit anfangen. Es ist leider einfach so. Oder ihr macht so wie ich, ihr fangt mit den blauen Items an, verkauft die weg und versucht dann immer so ein bisschen zu gucken, okay, bei welchem Item macht man vielleicht auch noch ein bisschen Gewinn. Also auch schon mit dem Rang 1. Es gibt manche, ab und an gibt es manche, wo man mit 1 Gewinn macht, beziehungsweise wenig Verlust, dann lohnt sich das zu skillen. Zum Beispiel hier beim Schmiedekunst habe ich schon mal einiges hochgeballert. Da sind wir schon bei einigen bei Rang 2 und Rang 3. Die sind nicht ganz so teuer. Leder ist extrem teuer im Moment, bei mir zumindest auf Antonidas. Die Barren hier, die kann ich mir auch teilweise selber herstellen, weil ich mir ja auch den VZ hochgezogen habe, den ich, wo man hat, nochmal drauf eingehen. Und da wird es dann tatsächlich ein bisschen günstiger. Aber auch hier, wenn ich jetzt auf Items gucke, da mache ich 5000 Verlust, 9000 pro Item, 8000 pro Item, 5000 pro Item, 7000 pro Item herstellen und so weiter geht das. Ich kann euch das jetzt auch mal exemplarisch bei einem zeigen. Zum Beispiel, jetzt nehmen wir mal hier die Schultern. Ihr seht, das Rang 1 Ding ist halt lediglich für 4000 Gold drin. Und Herstellkosten sind halt 8000. Aber bei Rang 2 lohnt es sich dann halt schon wieder. Denn da sind dann, gut, TSM berechnet das leider nicht, aber da werden die Herstellkosten wahrscheinlich etwa so bei 12.000, 13.000 Gold sein. Und das verkauft sich halt für 21.000. Also sprich, wenn man über die Hürde drüber kommt, kann man hier Gewinn machen. Und bei Rang 3, wenn man das dann auch noch craftet, auch noch Gewinn machen. Muss halt manchmal einfach nur über diese Anfangshürde drüber kommen. Und hier seht ihr, da geht das Legendary für 1500 raus. Die Herstellkosten für die Schuhe sind aber auch 8600. Und dementsprechend habe ich auch einige von den Teilen, ihr seht das hier, diese Schuhe, zum Beispiel Handgelenke, das, was ich am Platz hatte, einfach auf der Bank gelassen, weil ich auch ein bisschen am Hoffen bin, dass ich über diese Skill-Items später zumindest nicht ganz so viel Verlust mache, dass die vielleicht dann für 4.000, 5.000 weggehen und nicht für 1.000, weil dann braucht man es fast nicht mehr verkaufen. Gut, genug das Geschwafel. Wir werden nachher auch noch mal einiges hochballern, würde ich behaupten. Jetzt schauen wir mal einfach in den Postkasten rein. Wir haben vorher gesehen, fast 5 Millionen wären hier angezeigt. Und ich würde sagen, das machen wir auf. Übrigens, hier sind lauter Legendary-Items drin, weil ich die Low-Beträge von den blauen Sachen, die viel öfter kommen, ihr seht alleine hier gerade da ein Verkauf, hier ein Verkauf, hier ein Verkauf. Und ich habe euch ja gezeigt, also so Herstellkosten für diese blauen Teile sind, je nachdem, was man herstellt, zwischen 500 und 2000 Gold. Und ich verkaufe die Sachen halt im Schnitt für 10.000, die günstigsten für 5.000, die teuersten für 20.000. Also da kann man nichts falsch machen, damit, wenn man den Venari-Ruf hat, macht man da nur Plus eigentlich mit. Außer, irgendwann werden genug Leute im Markt sein, dann wird es schwierig. Aber im Moment macht man nur Plus mit den Legendaries. Das ist schwierig, ja, da kannst du auch auf die Schnauze fallen. So, gut, genug des Geschwafels. Wir gucken einmal, was wir im Postkasten drin haben. Und zwar, jetzt mache ich das mal so groß wie möglich. Ihr seht, wir sind hier bei 4,785 Millionen. Und das sind fast alles teure Leggy-Sachen. Wie gesagt, ich habe die ganzen günstigen Geschichten immer rausgenommen. Alleine heute habe ich schon wieder 3 Millionen Gold aus dem Postkasten rausnehmen müssen, einfach um wieder neue Items zu craften. Also ich bin ständig eigentlich bei fast 0 Gold hier mit dem Char, weil ich halt einfach immer wieder Gold rausnehmen muss, neu craften. Und wir werden jetzt auch, nachdem wir hier alles ausgeleert haben, auch wieder einiges herstellen und einiges hochstehen. So, dann fangen wir an, oder? Hier 25 kamen wir jetzt, nehmen wir alles raus. Ihr seht hier 5, 50.000, 70.000, 28.000, auch mal 94.000 Items teilweise verkauft. Es sind halt oft auch diese Gamaschen, die relativ gut gehen. Im Moment sind wir ja in der dritten Woche. Und in der dritten Woche kann man maximal, nee, vierte Woche sind wir maximal, einen Legendary auf Rang 3 sich bauen. Nächste Woche kann man dann, glaube ich, schon das Rang 4 sich bauen. Aber ich habe teilweise auch schon Rang 4 Verkäufe gehabt, tatsächlich. So, halt. Achso, jetzt macht, er tut jetzt die nächsten 100 schon mal aufmachen. Da sind jetzt auch schon wieder 2 Millionen drin. Und hier dürften jetzt auch lowere Beträge sein. Ihr seht, hier haben wir jetzt auch teilweise 9.000, auch dann irgendwelche Seide, die ich zwischendrin verkauft habe. Hier auf den hinteren Seiten sind diese ganzen blauen Items drin, die ich halt nicht zwischendrin immer rausgepickt habe, ne, weil ich Gold gebraucht habe. Das ist am Anfang, das war jetzt halt eher ein bisschen so, äh, ich picke die lowen Beträge raus, dass man nur die ganzen hohen sind, dass auf einer Seite möglichst viel Gold war. Das ist ein bisschen mehr Show als, äh, alles andere. Aber wir wollen uns ja insgesamt angucken, was wir haben. Vielleicht slowen wir es jetzt mal ein bisschen runter. Jetzt sind wir auf 400 runter. Jetzt mache ich es mal kurz zu. Wir haben jetzt schon 6,4 Millionen im Postkasten. Und, ähm, hier müssten es jetzt dann auch wieder weniger, so ganz teure sein. Gut, hier haben wir auch einige Legendary Items. Hier sind es jetzt viele blaue, seht ihr. Viele Sachen für 9K, 12K, 19.000. Da sind aber zwischendrin auch, ähm, teilweise Erze, teilweise irgendwelche Knochen und andere Sachen. Auch irgendwelche Fische müssten hier noch mit drin sein. Da habe ich nämlich dann auch alle möglichen anderen Items, die, ähm, ich beim Leveln bekommen habe, reingehauen. Und so, wenn wir auf 300 Items runter sind, dann müssten da ein bisschen mehr von den Sachen kommen. Also heißt, am Anfang, ähm, waren halt dann auch viele Sachen drin, die jetzt nichts mit den Craft-Berufen zu tun haben. Ich möchte jetzt mal so ein bisschen abpassen, wo der Cut ist. Wie viel ich jetzt über die Craft-Berufe gemacht habe und wie viel ich quasi davor über, ähm, ja, andere Sachen hatte. Und ihr seht, hier habe ich teilweise, ähm, diese Items für nur 100 Gold verkauft. Das sind die 150er Items, die ich zum Skillen benutzt habe, ja. Deswegen sind da viele so ganz, ganz günstige. Aber, ob ich die jetzt für 70 Gold beim Händler verkaufe oder für 100, 200 Gold im Auktions, das habe ich halt immer noch ein bisschen plus gemacht. So, jetzt müssten wir, jetzt machen wir mal hier den Cut rein. Jetzt müsste im Postkasten das Berufszeug durch sein. Jetzt schauen wir mal rein. Hier haben wir noch ein paar Berufs-Items drin, wie ihr seht. Und hier hört es dann auf. Hier sind dann Blumen drin. Hier sind dann, ähm, ist dann ein Stoff drin, irgendwelche Rosensteine. Das sind lauter Sachen, die ich quasi, ähm, davor, also vor den Berufen mir geholt habe. Heißt, wir haben jetzt aus den 1,4 Millionen Gold, die wir ursprünglich investiert haben, 7 Millionen gemacht innerhalb von der Woche, ja. Heißt, wir haben einen Gewinn von 5,6 Millionen Gold. Es ist sogar tatsächlich noch einen Ticken mehr, ähm, weil wir ja auch noch Waren im Auktionshaus haben. Da können wir hier mit TSM tatsächlich auch gucken. Also wir haben jetzt noch verkaufte Waren 300.000 und nochmal einen Warenwert. Und ich habe nicht irgendwelche Transmog-Sachen drin, die irgendwie Werte verzerren, sondern tatsächlich Sachen, die sich auch für die Preise verkaufen, von 3,4 Millionen drin. Also insgesamt nochmal knapp 4 Millionen an, ähm, Warenwert, den wir hier im Auktionshaus drin haben, der dann, den man theoretisch nochmal draufschlagen kann. Gut, aber 7 Millionen haben wir jetzt schon mal. Jetzt schauen wir mal, was noch draufkommt an anderen Sachen, die ich davor halt übers Leveln bekommen habe. Also 300 Mail-Sachen sind jetzt noch drin. Das hier sind jetzt 30.000, lauter Low-Geschichten von Blumen über Erze und anderem Gedöns. Ich würde sagen, das packen wir auch nochmal raus. Merken wir uns mal so 7,1 Millionen. So Pi mal Daumen, ganz genau geht das jetzt eh nicht. Das ist jetzt eher so für mich so ein bisschen selber. Hey, was habe ich am Anfang vom Add-on einfach über die Verkäufe gemacht, ähm, von irgendwelchen, in Anführungszeichen, kleinen Crap-Sachen, die ich halt mitgenommen habe. Die habe ich dann halt alle ins AHA geschmissen, weil wir wissen alle, äh, am Anfang beim Leveln, man haut ein paar Wildtiere um, kriegt ein Fleisch und das ist halt das x-fache Wert, was es halt irgendwann später wert ist, ne. So ist das einfach. Und, ähm, auch jetzt hier die Sachen über Kräuterkunde und Bergbau. Das sind halt hier mal 1.000 Gold, da mal 2.000, da mal 3.000. Ihr seht's, das summiert sich halt auch. Und, ähm, da waren die Erze auch noch ein bisschen mehr wert. Seht ihr, da haben wir hier für 99 Erze 4.000 Gold bekommen. Das ist jetzt alles schon ein bisschen weniger. So, wir haben jetzt noch 160 Items drin. Mal gucken, was da noch rumkommt. So langsam klettern wir hoch, aber ihr seht, äh, den großen Betrag habe ich für die Berufe gemacht, ne. Da kam dann ordentlich Gold rum. Das hier sind jetzt so ein bisschen diese Kleckerbeträge, die ich am Anfang mitgenommen habe. Da sind's dann auch ein paar, hier seht ihr Fleisch und ein paar Fische. Ich hab ein bisschen, wie gesagt, geangelt. Was haben wir hier? 40.000. Und, das sind Makrelen, ja, das sind die Fische, die ich geangelt habe. Am Anfang mit dem Twink, mit dem Zweiter-Account nebenbei so ein bisschen noch geangelt. Immer mal wieder neben dem Leveln auf die Angel gedrückt, wenn sie dann angeschlagen hat. Und, ja, also, das hätte ich mir eigentlich auch sparen können. Das große Gold ist es nicht. Oh, ich seh grad, hier zwei Tage. Ich hoffe, mir ist noch nix ausgelaufen, ne. Das könnte sein, dass mir ein bisschen was ausgelaufen ist. Uh, das ist nicht gut. Traumlaubding, ja. Ich bin am überlegen, dürfte eigentlich nicht, ne. Ist das ein Monat drin? Ah, okay. Gut, was haben wir jetzt insgesamt rausgezogen? Wir hatten 7,1 Millionen über Berufe. Jetzt dann nochmal 3, fast 400.000 zusätzlich über dieses Kleinzeug, das ich am Anfang der Expansion noch so angesammelt habe, zusätzlich noch rausgezogen. Okay, jetzt sind wir bei 7, bei 7, warte mal, tragen wir das mal hier ein, sich das mal schnell rüber. Beziehungsweise machen wir hier mal den Account-Modus an, dass wir natürlich die richtigen Daten haben. 7,687.000 auf dem Twink, da habe ich noch ein bisschen Gold rumliegen, aber ihr seht, fast das komplette Account-Gold ist auf diesem einen einzigen Char. Gut, und auf dem Twink hat sich ja nicht großartig was ergeben. Dann sind wir jetzt overall wieder hoch in der einen Woche auf 11,666.000. Und damit haben wir einen Gewinn innerhalb von einer Woche von 6,2 Millionen gemacht. Und das tatsächlich auf einem Server über einen oder über zwei Berufe. Das würde ich jetzt mal behaupten ist nicht so schlecht. Musste nichts boosten. Ich habe ja in der Vergangenheit immer relativ viel Gold auch über Boosten gemacht. Das, ja, musste ich jetzt nicht. Ich habe mir schon überlegt, ob ich Torgas boosten soll, aber, ja gut. Ich glaube da, bis ich Layer 8 boosten kann, dauert es noch ein bisschen. Okay, so viel dazu. Jetzt wollen wir aber gleich noch ein bisschen investieren. Nebenbei haben wir auch schon wieder ein paar Sachen verkauft. Achso. Genau, jetzt tun wir erstmal investieren und dann erkläre ich euch noch ein paar Sachen, falls ihr ähnliches machen wollt, auf was ihr achten müsst. Gut. Wir wollen jetzt einmal hier die Ledersachen herstellen. Und zwar investieren wir jetzt mal ein paar Millionen Gold für die nächste Woche. Und dafür gehen wir jetzt mal hier rein und kaufen uns mal 1000 Bälge aus dem Auktionshaus raus. Ihr seht, das kostet mich 2,3 Millionen Gold. Ja, für 1000 Bälge. Scheiß drauf. Wir hauen jetzt mal 2,3, 2,4 Millionen Gold raus und kaufen uns 1000 Bälge. Deswegen meine ich, mit ein paar hunderttausend braucht ihr nicht bei den Leggy-Items anfangen. Macht das bitte nicht. Macht das erst, wenn ihr wirklich ein paar Millionen habt. Sonst, ihr habt zu viel Kosten, um einigermaßen hochzukommen. Das ist leider so. Deswegen sage ich das jetzt hier nochmal so deutlich. Jetzt muss ich mal gucken. Ja, Moment. Ich brauche noch einen Ticken mehr. 4 zu 2. Ich brauche nochmal 200 Stück. Das sind nochmal 500.000. Dann sind wir knapp bei 3 Millionen. So, okay. Jetzt handel ich meinen Twink noch an, den ich hier in der Dings hab. Gut. Und du kriegst jetzt... Oh, du kriegst jetzt mal 50.000 Gold. Also übrigens, mit Gold machen sind wir jetzt an der Stelle durch. Ja, wenn euch jetzt das nicht interessiert, was ich investiere, könnt ihr an der Stelle quasi abschalten. Wir werden jetzt noch ein bisschen was investieren. Ich denke, hier für die erste Aufnahme lasse ich das jetzt mal noch mit drin. Heißt, das wird das Video jetzt ein bisschen aufblähen. Aber vielleicht ist das für den einen oder anderen dann gleich mal interessant, wo ich investiere und wie ich das Ganze angehe. Gut. Wir haben jetzt dem Char hier. Ähm, 2 Drittel der, halt, warte mal, hab ich dem die Belgien nicht rüber... Ach, ich hab dem die Belgien nicht rübergehandelt. Okay. Ich dachte, ich hab grad so ein bisschen Panikmoment. Warte mal, wo sind die Belgien? Hab ich die irgendwem anders gegeben? Hab ich grad, äh, für 2-3 Millionen Gold Belgien gekauft und die irgendeinem Random getradet? Das wär jetzt bitter gewesen. Ich hatte jetzt grad so diesen kurzen Moment, wo mir das Herz in die Hose gerutscht ist. So. Ähm, ich hab nämlich, hab ich vorher nicht erwähnt gehabt, ich hab 300.000 von den 1,4 Millionen, die ich dann nochmal, ja, ein bisschen reinvestiert hab, auch auf diesem Char hier rüber gelagert. Das ist mein Twink of the Second Account und der hat halt VZ und Schneider. Schneider war relativ günstig, VZ war relativ teuer zum Hochskillen. Hat den Grund, ähm, weil du bei VZ später, äh, oder, naja, später eigentlich gar nicht so, schon so ab Skill 70 leider, äh, die großen epischen Kristalle brauchst. Und in den ersten Wochen gibt's halt kaum Epics, die jemand dissen kann. Und dementsprechend haben die 4.000, 5.000 Gold pro episch Kristall gekostet. Wenn du da skillen willst, arschig teuer. Und übrigens, hier war es genauso, wie jetzt bei den Leggies, beim, ähm, Lederer und auch beim Schmied, dass die, die VZ-Rezepte im Auktionshaus teilweise wurden, haben, haben so ein Rezept zum Herstellen, 5.000, 6.000 Gold gekostet und im Auktionshaus die Dinger sich für 1.000 Gold verkauft. Es kann sich für den einen oder anderen Lohn, der vielleicht jetzt nicht so einen großen Geldbeutel hat oder auch nicht die Berufe hochskillen will, solche Sachen günstig einzukaufen und in ein paar Wochen wieder zu verkaufen, wenn die meisten geskillt haben, weil ihr kauft die Sachen tatsächlich unter Herstellkosten. Da muss man ein bisschen aufpassen. Teilweise habe ich auch gesehen, bei Schneider war es halt, war es halt genauso, dass bei Schneider teilweise, äh, ich habe Leggie-Teile für 90 Gold beim Händler gesehen. Alleine die Mats, die du beim Händler kaufen musst, ähm, hauen dir das, den Preis auf knappe 1.000 Gold. Also wenn das Ding für 90 Gold drin ist, das sind allein die Händlerkosten höher und dann kommen noch die Stoffe dazu. Gut, die Stoffe sind nicht sonderlich teuer, ne, wisst ihr, alle Stoffe sind wie Sand am Meer im Moment im Auktionshaus, aber dennoch ist das relativ krass, ne. Und warum ich jetzt Schneider hochgemacht habe, ist wegen folgendem. Es gibt, wenn du Schneider auf max hast, kannst du drei Sachen umtransmotieren. Du kannst quasi hier die lichtlose Seide in verzauberte lichtlose Seide umtransmotieren. Du brauchst halt zwei lichtlose Seide und, ähm, einen Seelenstaub. Aber der Seelenstaub, der kostet meistens nichts, ne. Also das ist tatsächlich, äh, ziemlich marginal. Warte mal, jetzt tun wir mal kurz meinen anderen Schar hier. Äh, da können wir das mal kurz nachschauen, was die Preise dazu, oder, Moment, ich tu den einfach hier daneben stellen. Dann machen wir das mit einem zweiten Account. Dann kann ich euch das zeigen, ähm, warum das tatsächlich Sinn macht. Also wir gehen jetzt mal hier. Gehen wir jetzt mal hier rein. Und wir können mal gucken, also die Seide kostet 80 Gold. Ich brauch zwei Seide und einen Dingstaub. Und das kostet mich halt hier 200 Gold. Also wir haben 160, ähm, sagen wir mal, runden wir das mal auf, 180. Also haben wir mit jedem Hersteller 20, 25 Gold gespart. Gut, das ist jetzt nicht der Riesensprung, aber wenn ihr das ein paar tausendmal macht, kommt halt was rum, ne. Und selbiges ist hier für die Barren. Die brauche ich halt beim Schmied. Das Elementium, okay. Okay. Ach, es kann sein, dass ich vorher ein bisschen viel Elementium gekauft habe. Aber, also die letzten Tage war das Elementium eigentlich bei 200 Gold. Beziehungsweise 180 habe ich es vor einer Stunde noch gekauft. Also ich habe mir vor einer Stunde, glaube ich, 1000 Elementium gekauft. Vielleicht bin ich auch der Grund, warum das Elementium jetzt so scheiß teuer ist. Warte mal, ist da nicht mehr mehr 1000 drin? Oh, kann sein, dass wegen mir das Elementium jetzt teuer ist. Ich habe mir nämlich heute Nachmittag 1000 gekauft und jetzt nochmal 1000. Und das ist nicht mehr mehr 1000 im Auktionshaus drin, oder? Was ist jetzt noch drin? Es sind jetzt noch 1500 Elementium drin, ne. Ich habe anscheinend heute mit den 2k Elementium, die ich mir gekauft habe, das AH ein bisschen leer gemacht. Jetzt sind die Preise hochgegangen. Aber im Normalfall hat es hier unter 200 Gold gekostet, der Barren über 500. Und dementsprechend hat es sich richtig rentiert, dass ich die Barren hergestellt habe. Gut, jetzt da das Elementium so weit hochgegangen ist, ich vermute, dass jetzt die verzaubernden Elementium-Bahn auch krass hochgehen werden. Okay, ist jetzt ungünstig. Schlechtes Beispiel, aber auch hier das verzauberte Leder. Vorher, als ich es mir noch gekauft habe, ich weiß, ich habe jetzt über, ich habe jetzt 2000, wie viel habe ich jetzt gekauft? Ich glaube 1200 Leder habe ich gekauft, ne. Wie viel ist denn jetzt noch drin eigentlich? Scheiße, ich habe auch fast das ganze Leder aufgekauft, ne. Es sind noch 400 Leder drin. Ohne Scheiße, ich glaube, ich mache gerade die Preise ein bisschen auf Antonidas für einige, also für die Kirschen, da lohnt es sich auf jeden Fall. Die sind ein bisschen viel rausgekauft. Egal, auf jeden Fall, im Schnitt liegen eigentlich der Horn-Bike so bei 2000 bis 2200. Ich habe es jetzt, glaube ich, vorhin gekauft für 2002, 2300 Gold. Und der verzauberte liegt halt bei 5000. Aber ich schätze mal, jetzt wenn das Leder teurer wird, wird der halt auch teurer. Aber dann hat es sich halt oft gelohnt, wenn ich es für 2000 oder 2300, was ich jetzt gekauft habe, hier seht ihr, der TSM sagt noch 2200. Wenn wir das nehmen, hast du dann 2400, hast du dann 4400 und die Dinger sind für 5K drin, sparst dir halt 600, wenn du es selber herstellst. Ich schätze, jetzt wird der Bike halt auch wieder teurer werden, der verzauberte, weil ich das ganze Leder wieder rausgekauft habe, das Leder teurer wird. Das dauert immer so ein bisschen, bis sich es verschiebt, aber ja, da dürften die Preise auch wieder ein bisschen anziehen. Und das ist aber auch der Grund, diese verzauberte, das verzauberte oder schwere verzauberte Horn-Bike, der kostet halt so sackrisch viel, dass dementsprechend auch diese ganzen Leder-Items so viel kosten. Ich hatte es ja euch vorhin gezeigt gehabt mit der Hose zum Beispiel, dass mir die halt über 100.000 Gold zum Herstellen kostet. Und auch schon die Rang-3-Hose kostet mich, glaube ich, 80.000 oder knapp 90.000, kostet mich die herzustellen und verkauft sich halt für 99K. Also da sind, ich mache hier tatsächlich nur 9K Gewinn und ihr müsst auch noch rechnen, da geht dann auch noch der 5% Aha-Cut weg. Also sind es dann wahrscheinlich nur noch so 4, 5K? Ist gar nicht mehr so viel tatsächlich. Also da muss man gucken, hier beim Rang 4 geht tatsächlich nur einiges und da habe ich auch nicht so viele Konkurrenz, weil die meisten Leute sind halt einfach nicht auf dem Rang. Ich hatte ja schon gesagt, etwa um das hochzuskillen, 3, 4.000, 3, 4 Millionen und bei den anderen Teilen wird es ähnlich sein. Ich habe aber hier schon ein paar gelevelt, zum Beispiel hier sind wir Rang 2, Rang 2, Rang 2, Rang 2, auch Rang 2, hier haben wir Rang 4, Rang 3 und hier bei den Kettensachen, da bin ich noch ziemlich lauter, mich eigentlich überall bei Rang 1, einfach, weil sie dieselben Mattpreise haben, aber im Auktionshaus ist Kette einfach nicht so gefragt. Liegt so ein bisschen daran, weil, ja, weil halt nur Hunter und Shamis das tragen können und das jetzt nicht die Klassen sind, die extrem viel gespielt werden, im Gegensatz zu Leder, wo Demon Hunter, Druid, Rogue, Demon Hunter, Monk! Ich habe den Monk vergessen, ups! Ja, genau die 4 Klassen und, ja, da geht halt schon einiges. Also so Leder merkst du, das zieht wesentlich mehr als Kette. Und Platte ist quasi dasselbe, da habe ich auch schon ein bisschen was hochgemacht. Ich bin jetzt hier bei der Hose auf Rang 3, aber hier sind die Preise ganz anders. Seht ihr, das ist Rang 4 auf 50K und bei Leder war Rang 4 auf 160, 170K oder so. Liegt einfach daran, die Bahn, das ist viel, viel günstiger. Hier kostet eine Bahn, glaube ich, 200 Gold, hier einer 500 Gold und bei dem Leder kostet das Zeug halt 5000 und 2000 Gold. Gut, da brauchst du ein bisschen weniger, aber trotzdem kommst du hier wesentlich günstiger. Deswegen konnte ich hier auch die günstiger hochleveln. Und wenn wir jetzt hier so durchgucken, Rang 2, Rang 2, Rang 3, 3, 3, 2 und 3. Also Schmiedekunst wollte ich jetzt demnächst mal fertig machen und komplett hochballern. Das Problem ist, wo ihr auch ein bisschen aufpassen müsst, vor allem wenn ihr mit TSM arbeitet, es ist teilweise ein bisschen schwierig, dass das Add-on nicht so ganz erkennt und auch das Game UI nicht ganz erkennt, welchen Rang ihr habt. Wenn ich jetzt hier über den Berufsfenster das reinposte und kaufen will, zeigt es mir die verschiedenen Dinge an. Wenn ich das Ding jetzt aber verkaufen will, zum Beispiel ich packe jetzt hier den Kopf rein, dann wäre der Kopf hier ein 210er und wenn ich jetzt hier einfach erstellen mache, haut er den für 5000 weg und macht riesig Verlust, weil das 190 ist. Ihr müsst quasi runterscrollen und ihn hier dann einstellen für 20K. Also man muss dann immer ein bisschen scrollen. TSM mittlerweile erkennst das tatsächlich, also wenn ich jetzt hier einen Einstell-Scan mache, ich kann euch das mal zeigen, dann checkt es das, wenn ich das in einer eigenen Liste quasi eintrage. Was aber wiederum tricky ist, was nicht erkennt, die blauen Items wiederum, die checkt dann noch nicht, ob es ein 150er Item ist oder ein 168er Item. Da muss ich die tatsächlich manuell einstellen. Heißt, wenn ich hier die blauen Items rauspacke mit 168 und das über TSM einstelle, dann stellt es mir teilweise meine 168er für 100, 200 Gold ein und dann mache ich riesig Verlust. Deswegen, die müsst ihr tatsächlich manuell einstellen, weil ihr sonst A, einen Haufen Verlust macht und was ich auch schon, ich muss es leider zugeben, blöderweise gemacht habe, einen Haufen, ihr macht die Preise kaputt, weil ihr stellt dann, wenn ihr, ich zum Beispiel stelle immer sieben Items her von jedem blauen Item, weil die ja auch verschiedene Stat-Kombinationen haben, das kann ja Mastery, Tempo sein, Tempo, Versa und so weiter. Und da will ich auch ein bisschen Variation haben, deswegen sieben Items ist für mich so eine ganz gute Zahl. Es gibt sechs verschiedene Kombinationen, dann habe ich eins extra, falls ich unlucky bin und dann habe ich jede Variation drin. Und da muss man tatsächlich auch ein bisschen aufpassen, dass man die richtig einstellt und nicht mit TSM reinhaut, weil dann hast du die dann für ein paar hundert Gold drin und dann hast du halt so eine Blockade und dann gehen halt andere Leute, unterbieten dich dann auch wieder rein und dann macht halt keiner Gewinn tatsächlich. Also da muss man ein bisschen aufpassen und ich habe auch blöderweise, weil ich ein paar Sachen mit TSM gekounselt habe und dann wieder reingestellt habe, ein paar Preise runtergejagt. Zum Beispiel hier das mit den 4K ist halt auch schon nicht gut. Eigentlich müsste ich da mal nochmal ein Reset durchführen, aber das überlege ich mir dann noch. So, was wir jetzt noch machen, ist, dass wir quasi hier bei Leder die Sachen hochballern und jetzt müssen wir uns aber noch ein bisschen was kaufen. Und zwar müssen wir uns hier das Zeug noch kaufen, da kaufen wir uns jetzt mal, was kaufen wir uns da, sollen wir uns 1000 Stück kaufen? Komm, wir kaufen uns jetzt hier 1000 Stück. Dann kaufen wir uns von den Knochen 2000 Stück. Muss ich mal schauen, wie viel ich von den Bägen schon habe. Ich habe schon 200 Bäge jetzt hergestellt. Achso, die Splitter brauche ich noch, ne? Die muss ich auch noch kaufen. Das macht zwar auch richtig viel aus. Ich habe teilweise die auch schon mal H gekauft, weil ich zu faul war, rüber zu laufen und mir die beim Händler zu holen. Ich muss hier ehrlich sagen, hier... Oh, warte mal, habe ich von den Knochen nur 200... Oh, ich habe von den Knochen nur 200 Stück gekauft. Ups. Ich wollte 2000 kaufen. Ich würde sagen, 400 Gold habe ich noch ausgegeben. Von den Dingern kaufen wir mal auch 2000. Das kostet mich einfach wieder 250.000 Gold, ne? Seht ihr denn, da schmilzt das Gold natürlich schon wieder. Jetzt sind wir auf 400.000 runter von den 7,6 Millionen. Also wir haben jetzt schon über 3 Millionen quasi wieder ausgegeben, um da auf den Stand zu kommen. Aber ich hoffe, das werden wir auf jeden Fall wieder reinholen, wenn wir jetzt die ganzen Leder-Items craften. So, jetzt ziehe ich das mal runter. Und Schmiedekunst muss ich dann auch noch mal anfangen. Das Schmiedekunst werde ich aber nicht mit in die Aufnahme reinnehmen. Einfach deswegen, weil wahrscheinlich, wenn ich jetzt die Barren mir baue, ne? Also ich kann euch das mal zeigen. Hier, ich kann mir ja die... Also für die Legendaries brauche ich zweierlei Barren. Einmal brauchen wir hier Schattenschreckenbarren. Den kann ich mir als Schmied selber herstellen. Über die Erze. Und das kommt eigentlich einem... Also zumindest auch für Antonidas kommt es eigentlich immer günstiger, den Barren selber herzustellen. Vor allem, du kriegst halt immer auch zwei Barren, ne? Den bastle ich mir selber. Und den anderen Barren, den kann halt der VZ, den habe ich euch ja vorhin gezeigt. Da haben wir halt die Preise jetzt ein bisschen kaputt gemacht. Vielleicht warte ich da jetzt dann auch lieber bis morgen, weil hier das Erz tatsächlich jetzt um einiges günstiger ist, äh, um einiges teurer ist tatsächlich. Ähm, da brauchen wir hier den verzauberten Eletium-Bahn, wenn ich das richtig ausgesprochen habe. Und da brauche ich halt mehrere Tausende. Das dauert dann halt ewig, bis ich das durchgecraftet habe. Es lohnt sich aber im Normalfall wirklich, das selber herzustellen. Sonst zahlst du halt wirklich ein gutes Stück mehr, ne? Also nicht nur so ein bisschen mehr, sondern wirklich ein gutes Stück mehr. Deswegen werde ich das selber craften. Und da das wahrscheinlich dann für die Mengen, die ich mir kaufe, ein paar Stunden dauert, oder ein paar Stunden jetzt wahrscheinlich nicht, aber eine Stunde kann ich mir schon denken, dass ich Barren dann herstelle mit beiden Chars. Äh, machen wir das dann nicht. Aber die Leder-Items, die teuren, da werden wir jetzt noch ein bisschen was herstellen. Jetzt müssten wir gleich auch fertig sein mit meinen, äh, umgebastelt, beziehungsweise ich kann mir jetzt schon mal hier das rüber handeln. So, die Sachen, die ich schon fertig habe, die 200, äh, hier haben wir auch noch welche. So, die restlichen 35 stellen wir jetzt so noch her. Gut, jetzt gehen wir mal ran und schauen, was ich mir basteln kann. Ich müsste jetzt eigentlich genug Mats haben. 3 Millionen haben wir, haben wir investiert. Habe ich jetzt nicht gehandelt? Ach, ich habe nicht gehandelt. Ach, okay, du kannst anscheinend nicht handeln, wenn du, wenn du da mehr auf dem gleichen Stack gerade herstellst. Moment. Nochmal, muss ich den mal kurz stoppen mit seiner, mit seiner Produktion. So, jetzt, ich würde gerade sagen, warum kann ich nichts herstellen? Gut, okay, also, wir haben jetzt zumindest schon mal die ersten 200, knapp 400. So, und jetzt muss ich mir mal raussuchen, was wir hochballern. Also, die Brust hier haben wir bei 46k. Ich vertraue hier TSM nicht so ganz. Er sagt mir jetzt, ich habe Herstellkosten von 54, von, warte, wo haben wir es hier? Ich habe Herstellkosten von 34.000. Ich rechne das jetzt mal kurz, grob nach, weil leider TSM ein bisschen hinterherhinkt mit den Preisen. Und dann machst du teilweise Mist. Also, das kostet mich 5k. Der kleine Balk kostet mich wie viel? 2,5. Dann sind wir bei etwa 7,5. 7,5 mal 5 brauche ich von beiden. Dann sind wir bei 37k. Und die Sachen sind jetzt nicht so teuer. Die kosten vielleicht zusammen 3, 4k, hätte ich gesagt. Also, kommen wir eigentlich ganz gut hin mit. Dann sind wir aber bei, dann sind wir bei ein bisschen über 40, würde ich sagen. Ne, tatsächliche Matkosten. Das sind, ja, was haben wir hier? Ja, wahrscheinlich bei etwa 40k und nicht bei 43, ne. Und das macht halt dann schon was aus, ob du Gewinn oder Verlust machst. Hier sind wir dann trotzdem noch 6k plus, aber ich brauche das ja sowieso zum Skillen. Und dementsprechend stellen wir jetzt ein paar her. Ihr seht, ich bin bei 35 von 75. Jetzt stellen wir einfach mal ein paar Dinger her. Damit machen wir zumindest noch kein grobes Minus. So, okay. Dann können wir jetzt Rang 3 herstellen. Da basteln wir jetzt mal 3 Stück. 1, 2, 3. Und ihr seht, da gehen natürlich schon die Matts ordentlich hoch, ne. Also, man muss dann die Rechnung nochmal neu aufstellen. Und leider, wenn wir jetzt hier drauf gucken, ihr seht ja, Herstellungskosten. 34k steht sowohl beim 2,10er dran als auch beim 190er. Also, da rechnet das bitte selber nach. Sonst fliegt ihr auf die Schnauze. Ich habe am Anfang TSM blind vertraut, aber das ist anscheinend nicht schnell genug. Tatsächlich. So, jetzt können wir uns halt überlegen, ob wir das auch noch gleich auf auf den nächsten Rang noch hochbasteln. Ob wir sagen, wir gehen gleich noch auf Rang auf Rang 3. Das könnten wir auch noch machen. Da muss ich mir aber nochmal mehr Leder kaufen, ne. Hiervon 5.000 Leder. Da, da, da. Braven wir nochmal ein bisschen was. Dann basteln wir es gleich mal auf Rang 3 hoch. Also, Rang 4 brauche ich jetzt, glaube ich, noch nicht unbedingt sofort, ne. Das ist noch nicht notwendig. Aber zumindest Rang 3 ist schon ganz gut. Wie gesagt, ich habe auch schon die Hose Rang 4 verkauft, ne. Aber ich denke mal, da wird erst nächste Woche ordentlich was losgehen. Und ich muss jetzt dann warten, bis wieder mehr Leder im Auktionshaus drin ist. Achso, jetzt können wir hier nochmal 3 herstellen. So, dola. Okay, und jetzt muss ich mal das in meine Gruppe einstellen. Ich habe nämlich zwei Gruppen gemacht. Einmal meine Leggy Items und einmal die 168er, dass ich die getrennt voneinander einstellen kann, beziehungsweise getrennt voneinander canceln, ne. Je nachdem, was ich brauche. So, jetzt stellen wir die Sachen ein. Ich habe jetzt auch hier eine eigene Operation in TSM gemacht, um dementsprechend... Achso, das wollte ich ja eigentlich nur ausblenden. Um... Achso, ups, jetzt haben wir es übersprungen. Das war jetzt nichts. Moment. Ich muss hier quasi... Da habe ich irgendwo ein Item falsch drin. Wo ist es denn? Irgendwo muss es da drin sein. Der blaue Balk. Ah, da ist er. Remove Item. No Sell. Weil den möchte ich ja nicht verkaufen. Und jetzt müssen wir mal gucken. Nicht, dass wir den versehentlich weggehauen haben. Müsste aber passen, oder? So, jetzt können wir nochmal die Sachen reinstellen. Gut. Also ich verkaufe halt immer nur... Ich haue halt immer nur 3 ins Auktionshaus. Hat den Grund erstmal, habe ich da nicht so viele Einstellkosten. Und ich muss ja nicht von jedem Legendary Teil 20 im Auktionshaus haben. Das Problem ist vor allem auch dann, wenn ich es canceln will, zieht sich das halt wesentlich länger für jeden einzelnen Cancel, wenn ich so viele Items drin habe. Deswegen am besten... Also ich nehme 3. Man kann auch 4 oder 5 nehmen oder 1. Je nachdem, wie man das haben möchte. Ich empfehle halt 3. Das ist für mich jetzt eine ganz gute Menge. So, jetzt haben wir hier auf Rang 3 hochgeballert. Jetzt gucken wir mal hier. Die Schuhe, habe ich da noch was drin? Die habe ich jetzt auf Rang 2. Die könnte ich natürlich jetzt auf Rang 3 basteln. Ich würde sagen, das können wir mal machen. Machen wir die mal hoch. Damit müssten wir auch... Die brauchen jetzt 6. Das müsste jetzt auch so bei 40k aufwärts sein zum Herstellen. Hier sagt der 40k. Wahrscheinlich sind es so 45. So, dann basteln wir hier auch nochmal 3 Stück. 1, 2, 3. Ihr seht, es gehen meine... Meine 3 Millionen hier schon zu neige. Also wenn ich das Zeug skillen will... Es ist einfach richtig teuer. So, okay. Das können wir hier... Leggy Item... Können wir wieder eintragen. Gut. Dann können wir jetzt hier beim Gürtel noch gucken, wie es da aussieht. Noch ein paar Gürtel drin. Rang 3 wäre hier natürlich auch eine dicke Angelegenheit. Stellen wir wieder ein bisschen was her. Und ich glaube, dann ist schon... Dann ist schon tatsächlich wieder Feierabend mit dem Leder. Dann sind einfach mal 3 Millionen Gold rausgepustet. Und ich konnte nur bei 3 Teilen quasi auf Rang 3 hochgehen. Ich habe jetzt natürlich einige Teile. Die kann ich jetzt über die Tage abverkaufen. Aber ihr seht schon... Das ist richtig, richtig viel Asche, die da rausgehen. Ich muss jetzt halt schauen, ob es dann Sinn macht, jetzt noch mehr Leder im Auktionshaus zu kaufen. Oder ob wir dann erst mal Piano machen. Ach so, Moment. Jetzt können wir hier noch mal... Können wir hier noch mal das Item eintragen. Machen wir das auch noch mal über TSM. Das sind halt dann die richtigen Hochpreissachen. Okay. Ich habe jetzt noch mal ein bisschen was hier auf dem Twink. Ein paar Leder. Da können wir vielleicht dann noch mal das ein oder andere mehr herstellen. Was haben wir hier? 24 Stück haben wir noch. So. Wo waren wir stehen geblieben? Da hatten wir was hergestellt. Jetzt können wir hier mal noch bei den Händen gucken. Da haben wir zum Beispiel auch keine mehr drin im Auktionshaus. Hier kann ich jetzt auch noch mal eins herstellen. Dann müsste ich halt überlegen, ob wir noch mal... Das würde ich auch auf jeden Fall rentieren. Brauchen wir halt noch mehr Leder, ne? So, jetzt könnte ich halt noch mal hergehen und noch mal für 2 Millionen Gold Leder kaufen. Jetzt müsste man halt schauen. Wir wären jetzt noch mal 700... Acht. Ich könnte halt eigentlich auch Leder komplett rausresetten und dann dafür sorgen, dass es wesentlich teurer ist, ne? Das könnte ich halt auch machen. Was drauf. Wir kaufen jetzt alles zusammen. Ich gehe jetzt auf Full Tryhard. Ich habe noch 3.000 Gold, seht ihr das? Okay. Jetzt hoffe ich, dass ich noch genug von dem anderen Zeugel habe. Dann stellen wir jetzt einfach noch mal ein bisschen was her. Also wir haben jetzt die kompletten 7, irgendwas Millionen in den Topf gehauen. Wir gehen jetzt mal auf Full Risiko. Ich habe mir gerade spontan entschieden, dass wir auf Full Risiko gehen. So, 700, okay, das passt. Gut. Jetzt schauen wir mal, wo waren wir stehen geblieben. Hier könnte ich noch mal ein paar herstellen. Habe ich, glaube ich, auch nichts mehr. Bauen wir auch noch mal 3. Ich baue jetzt erstmal von den Ledersachen überall noch mal 3 Stück. Ich hoffe, ich hole das dann auch wieder rein. Das ist jetzt schon ein bisschen risky, was ich mache. Aber, ja, wo kein Risiko, da kein Gewinn. Da bauen wir auch noch mal 2. Und dann können wir bei den Handgelenken mal gucken. Die wären jetzt vielleicht noch so eine Geschichte, die man hochballern könnte. Da bin ich auf Stufe 3. Stufe 2 mache ich bestimmt auch Gewinne. 2 Stufe 2 Dinger noch. Ich muss jetzt schauen, dass ich halt so halbwegs mit den Sachen hinkomme. Dann kann ich auch noch mal ein paar von denen, wenn ich noch mal 200 rüber haue, auf den Twink. Das müsste eigentlich gehen. Der Vorteil ist, ich habe jetzt halt fast alles Leder aus dem Auktionshaus rausgekauft. Jeder, der jetzt noch Sachen herstellen will, hat halt erheblich höhere Kosten. Also eventuell fahre ich damit jetzt gar nicht schlecht. Aber muss man mal gucken, wie es die nächsten Tage sich entwickelt. So, okay. Jetzt tun wir die Sachen noch mal eintragen. Ah gut, ah ne, das haben wir alles drin. Okay. Dann packen wir das mal noch mal rein. Ich will jetzt halt einfach mal mit dem Skill bei den meisten Sachen ein bisschen hochkommen. Das ist jetzt halt der Hauptgrund, warum wir jetzt hier so viel rein investieren. Und ich muss, denke ich mal, auch noch mal die Woche dann alles Mögliche wieder rausnehmen, wieder neu rein basteln, um da so ein bisschen liquide zu bleiben. Jetzt haben wir wieder auf Null runter gehauen. Dass wir eine Dreiviertelmillion so schnell quasi zunichte machen, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Oh, wir brauchen jetzt aber auch noch mal hier ein bisschen Leder. Da muss ich gleich die Verkäufe nochmal, schau mal, hier haben wir nochmal 200k. Die nehmen wir gleich nochmal raus, dass wir uns Leder kaufen können. Ich hätte, das war so gerade nicht ganz so clever, dass ich komplett auf Null gegangen bin. Tatsächlich. Laufen wir uns nochmal 60. Dann, da haben wir noch genug, das haben wir auch noch. Okay, gut. Jetzt bin ich halt auch vor allem gezwungen, die nächste Woche da gut dran zu bleiben, weil wir halt doch jetzt einiges investiert haben. Sudala. Also, wir können jetzt mal noch gucken bei den anderen Sachen, wo es sich jetzt wirklich rentieren würde. Hier sind wir auf Rang 3, das haben wir hergestellt. Und hier habe ich jetzt halt viele Sachen, wo Rang 1 halt fast nichts wert ist und Rang 2 und 3 halt richtig was wert sind. Da bin ich halt noch gar nicht im Markt drin. Und da wird es sich jetzt halt vielleicht rentieren, einiges herzustellen. Damit mache ich aber halt nur Minus mit jedem Item. Das ist halt so ein bisschen das Problem. Hier die Hose, das könnte sich vielleicht noch halbwegs rentieren. Komm, die Hose, die basteln wir mal hoch, hätte ich gesagt. Machen wir das mal als nächstes. Craften wir uns mal 15 mal die Hose oder halt minus die 4 oder 5 Crafts, die ich schon hatte. So. Dann haben wir Rang 2. Das basteln wir da noch 3 mal. Oder basteln wir es gleich 4 mal. So. Dann können wir das wieder reinhauen. Leggy Item, die Hose. So. Dann können wir uns überlegen, ob wir die Handgelenke... Also ich glaube, mit den 38k bin ich eher im Minusbereich, aber ist egal. Zum Hochskillen mussten wir da jetzt halt leider über die Hürde. Also hier sind wir halt ganz klar im Minusbereich. Ich glaube, die Handgelenke lassen wir erst mal. Das wird sich halt lohnen, ne? Die Hände. Aber da müsste ich halt wirklich 15 Dinger für Nulltarif machen. Schuhe. Dann machen wir nicht so... Mit den Schuhen machen wir nicht so viel Minus. Komm, machen wir die Schuhe. Die kosten halt nicht so viele Grundmats. So, mit dem Twink haben wir jetzt auch wieder einiges gebastelt. Können wir dann gleich nochmal gucken. Das Problem ist, mein Inventar wird jetzt ein bisschen überquellen. Wenn ich dann nebenbei immer die ganzen Sachen drin liegen habe, da muss ich mal gucken. Eventuell werde ich das Ganze auch auf dem Twink auslagern. So, dann halt haben wir jetzt nochmal ein Stufe 1 Ding zu viel hergestellt. Ungünstig. So, die können wir dann auch wieder hier in die Gruppe reinpacken. Wo haben wir es denn? Also, ich bin mir tatsächlich nicht so sicher, wie die Entwicklung die nächsten Wochen wird. Ob wir da... Ob wir da dann krass im Plus-Bereich sind. Ich hoffe es, ne? Ich hoffe es. Ich hoffe, dass wir da jetzt keine dumme Entscheidung getroffen haben. Tatsächlich. Gut. Dann schauen wir jetzt mal nochmal rein. Also, das hier wäre noch offen. Da würden wir halt... Also, hier, damit mache ich richtig miese, ne? Was mache ich da miese? 12.000 pro Item. Wahrscheinlich ein bisschen mehr. Wahrscheinlich dann eher 15, weil die Daten stimmen ja nicht ganz. Ja. Komm, scheiß drauf. Gehen wir ins Miese rein. Rang 2 ist halt einfach gut was wert. Eigentlich müsste ich halt überall gucken, dass ich auf Rang 3 komme. Das wäre halt das Optimale, ne? Weil Rang 3 ist halt das, was die Leute jetzt teuer kaufen. Aber, ja... Wird halt schwierig. Dafür reicht das Leder halt nicht. Mehr Gold habe ich dann auch nicht. Das ist jetzt alles, was wir investieren können, tatsächlich. So, stellen wir hier vier Stück her. Gut. Theoretisch hätte man sich vorher auch nochmal ein bisschen informieren können. Okay, was sind die guten Legendaries bei den Leuten? Auf welche Slots können sie es drauf machen? Ne? Das wäre auch noch eine Option gewesen. Aber das sind so viele Klassen. Vor allem bei Leder. Dass wahrscheinlich fast alles abgedeckt ist. Vermute ich zumindest. Okay. Dann gucken wir mal, wo wir den Rest noch anbringen können. Also Handgelenke ist mir tatsächlich zu wenig. 39k ist halt dann wahrscheinlich auch kaum im ordentlichen Gewinnbereich. Dafür hochzuballern lohnt sich nicht. Es würde sich wahrscheinlich dann eher noch lohnen, hier auf Rang 3 bei Kette zu gehen. Hier haben wir 50k. Das könnten wir eventuell noch machen. Da haben wir auch schon ein paar hergestellt. Könnten wir noch machen. Dann kann ich nur schauen. Vielleicht ballere ich noch eins auf Rang 3 hoch. Das wäre dann vielleicht noch eine Option. So. Jetzt auch auf Rang 2. Gut. Es ist halt immer ein bisschen die Frage, lohnt es sich mehr eins auf Rang 3 hochzubasten oder alle auf Rang, oder halt ein paar auf Rang 2, ne? Weil ja die Matzen natürlich noch wesentlich günstiger sind in den niedrigeren Rängen. Ihr seht, hier sind immer wieder auch andere Sachen drin, die ich noch im Inventar habe. Immer wenn ich unterboten würde, kann ich dann gleich schon das Neue wieder einstellen. Und ich werde halt, also alle Minute bin ich eigentlich bei x Sachen unterboten, weil da halt sehr, sehr viele Leute im Markt sind. Und nur so macht ja auch tatsächlich die Gewinne, wenn ihr ständig Sachen cancelt, neu reinstellt. Das ist leider der Fall. Das ist PvP im Auktionshaus. Da wurde ich auch schon von Leuten angeschrieben, die da auch ordentlich am Einstellen sind. Und ja, wurde mir auch schon angeboten, ob ich ihr Zeug aufkaufen wollte, weil sie keine Lust haben, ständig gegen mich da anzukämpfen. Aber da gibt es andere Leute, die da wesentlich, wesentlich krasser noch am Einstellen sind, als ich tatsächlich. So, da wollten wir noch gucken. Da könnten wir natürlich auch nochmal hier das hochballern. Aber dann ist aber auch bald Feierabend, ne? Dann ist auch bald Feierabend. So, ich kann aber noch das andere Zeug rüberhandeln. Haben wir es denn? Ich habe ja noch ein bisschen mehr. Ah, bap, 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 bap. Ah, also, kennt ihr das, wenn ihr aufs Inventar starrt und dann die Sachen nicht findet? So geht es mir öfter. Okay, wir brauchen jetzt hier nochmal ein paar Splitter, ne? Nehmen wir nochmal das Gold raus. Ah, okay, hier ist noch nichts eingetroffen. Wir müssen dann nochmal einmal rüber. Dann kaufen wir uns noch ein paar Splitter. Da sind wir nämlich jetzt gerade auf Rang 3 hochgekommen. Und ich habe jetzt nochmal 100 von beiden, ne? Also, ein bisschen was kann ich nochmal herstellen. Muss ich bloß gucken, wie viel die Splitter noch kosten. Die werden nämlich auch nicht ganz günstig sein. Kann ich 1000 Splitter kaufen? Ah, okay, das ist ein bisschen viel. Ich glaube, 1000 brauche ich gar nicht. Ich kaufe mal 300, 37 K. Da müsste hier jetzt erstmal ein Ticken hinkommen. Dann bauen wir jetzt hier auch nochmal zwei Stück. Muss ich mal gucken. Also, hier sind die Ledersachen, ne? Aber hier bin ich auf Rang 2, Rang 2, Rang 2. Das habe ich nur auf Rang 1, Rang 2, Rang 2 und Rang 1. Okay, also ich habe jetzt alles bis auf zwei Sachen auf Rang 2. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Jetzt kann ich mir halt noch überlegen, ob ich irgendwas nur auf Rang 3 hochballer. Auch von Kette. Oder ob ich noch ein Lederteil auf Rang 3 hochballer. Schauen wir mal. Also, die haben wir schon auf Rang 3. Die haben wir auch auf Rang 3. Das auch. Die Handschuhe hätten wir hier noch auf Rang 2, ne? Die Ledersachen. Das wäre halt eine Option. Was haben wir gesagt? Kleines auf Rang 3. Das hier. Das wären dann 8. 8 mal 7, 5. Das sind 60. Ja, damit wäre ich trotzdem im Plusbereich. Ich kann mal gucken, ob ich vielleicht den Kopf oder das andere... Ja gut, der Kopf ist halt höher, ne? Der wäre halt höher. Aber kriege ich den Kopf überhaupt hoch? Das kann ich mir neun Stück ballern. Ich glaube, das kriege ich halt eher hoch, weil das weniger Mats kostet. Das Teil kann ich nur auf Rang 3 kriegen. Für Rang 4 muss ich dann nächste Woche echt gucken. Also ich werde wahrscheinlich in der Woche alles wieder reinvestieren müssen, dass ich dann für nächste Woche einige Rang 4 Sachen habe. Dann, wenn der Ansturm kommt, ne? Und die Leute ihr Legendary upgraden wollen. Okay, jetzt können wir hier nochmal welche bauen. Und dann ist wahrscheinlich echt Feierabend. Ja. Dann ist echt Feierabend hier. Haben wir erfolgreich ein Dreiviertel-Goldcap über den Jordan gejagt. So, jetzt tun wir hier nochmal die Gruppe. Ich wollte eigentlich auch noch... Eigentlich wollte ich auch noch das Plattenzeug auf Rang 4 ballern, aber dafür haben wir jetzt leider kein Gold mehr. Da muss ich mal gucken, dass wir dann so nach und nach nochmal hochkommen. Seht ihr, die Schultern, die wir zum Leveln benutzt haben, da machen wir Minus, aber das verkaufen wir jetzt trotzdem, um einfach wieder so ein bisschen Gold ranzukriegen. So, jetzt machen wir eins noch. Ich kann quasi 20 nochmal rüber traden von denen. Dann können wir vielleicht nochmal ein Teil bauen. 20 und dann tun wir das dem noch geben. Wir gehen jetzt nochmal aufs Letzte, Leute. Basteln da was. Ach, übrigens, schreibt mir mal in die Kommentare, wer meint, dass ich jetzt totale Scheiße gemacht habe und meine 7,6 Millionen ich nicht mehr sehen werde. Also, ich bin mir selber nicht sicher, ehrlich gesagt. Ich bin mir selber nicht sicher, ob das so eine gute Idee war. Aber schreibt mir das dann gerne mal in die Kommentare, wenn ihr denkt, dass das keine gute Idee war. Das würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Und in einer Woche oder zwei werden wir es dann sehen. Ich weiß nicht, ob ich dann nächste Woche tatsächlich schon einen Teil mache, weil wie gesagt, ich werde wahrscheinlich 100% des Goldes sofort wieder investieren in Rang 4 und dann einfach gucken, wie das ausgeht. Nächste Woche wird es dann, denke ich mal, nochmal einen guten Sprung geben. Vor allem die ganzen Leute, die im Progress Raiden oder im High Mythic Plus oder im PvP-Bereich unterwegs sind, die wollen natürlich immer Min-Maxen. Und ob du dann ein Level 3 oder ein Level 4 Legendary hast, macht tatsächlich ein bisschen was aus. Jetzt nicht die Welt, ne? Der Effekt wird ja tatsächlich nicht erhöht. Aber Stats-technisch macht es was aus. Und wenn man jetzt einen Brustteil oder eine Hose hat, wie ich zum Beispiel, also ich habe mir ja bewusst einen Hosenslot teilgenommen, dann, ja, sind das schon ein paar Stats, ne? Wenn du so ein großes Teil hast. So, und jetzt seht ihr hier auch, wo die Problematik liegt, wenn ihr so viele Sachen im Auktionshaus habt. Blizzard hat ja diese Cancel-Geschichte reingemacht. Wenn man viel Sachen canceln will, irgendwann stockt es meistens so bei 60, 70 Items rum. Und dann kann man natürlich nicht alles gleichzeitig rausnehmen. Und das trifft mich jetzt gerade hier auch ein bisschen. Jetzt kann ich nicht alles canceln und neu reinpacken, weil ich mittlerweile zu viele Sachen drin habe. Deswegen, drei Items ist wahrscheinlich schon fast zu viel, dass man immer wieder raus und rein nimmt, wenn man halt jeden Rang von den Legendaries hat. Vor allem auch mit zwei Berufen. Craft-Berufen, Lederer ist halt mit Kette und Leder doch relativ viel von den Items her, ne? Also, ich stelle jetzt die Sachen nochmal ein. Und dann schauen wir uns mal zum Schluss noch an, was wir jetzt an Item-Value einfach im Auktionshaus haben, um das so ein bisschen abschätzen zu können. Dann, ja, bin ich eh wieder pleite, ne? Schöne Geschichte. Man soll das ja immer so machen, dass das Ganze quasi einen Rahmen gibt bei einer Erzählung, am Anfang und am Ende. Mein Rahmen ist jetzt quasi, dass ich am Anfang pleite war und jetzt wieder pleite war und zwischendrin mal sehr viel Gold hatte. Okay, die Sachen haben wir alle drin. Maximal drei. Okay, was sagt jetzt TSM, was ich hier an Item-Value drin nehme? Also, ich habe an Item-Value im Auktionshaus 9,3 Millionen, ne? Sind drin, 300.000 haben wir noch. Also, wenn wir das, knappe 10 Millionen haben wir drin an Item-Value. Und hier sind halt jetzt auch nochmal einige Sachen, die ganz gut was wert sein dürften. Gut, die 190er wahrscheinlich nicht, aber die 120er-Items, da ist bestimmt auch nochmal 2 Millionen oder so, schätze ich, was ich im Moment habe. Jetzt schaue ich hier. Ah, doch. Wenn ich da sehe, wie viele Teile, das sind bestimmt nochmal 2 Millionen oder so. Also, wenn ich das Ganze abverkaufe, dann sind wir auf jeden Fall im Plus-Bereich. Gut, ich würde sagen, für die Aufnahme lassen wir es dabei bewenden. Die ist jetzt doch wesentlich länger geworden, als ich gedacht habe, tatsächlich. War jetzt so nicht... Ach, wir sind jetzt bei einer Stunde. Holy Moly. Das habe ich jetzt wirklich nicht so gesehen. Ich werde wahrscheinlich, wenn dann nächste Woche ein Update machen oder in zwei Wochen. Das muss ich mal gucken. Je nachdem, ob es halt großartig was zu zeigen gibt. Und ja, da werden wir es dann aber wahrscheinlich ein bisschen kürzer machen. Da habe ich dann hoffentlich schon das meiste hochgeskillt und dann gibt es dann nur noch das Gold. Das jetzt hier als erste Episode ein bisschen länger. Um auch ein bisschen zu zeigen, was man da so an Gold rausverbrennen kann. Gut, ich verabschiede mich an der Stelle. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Und wenn ihr wollt, schreibt mir gerne eure Gedanken in die Kommentare. Vielleicht auch, was ihr so macht, um Gold zu machen. Vielleicht seid ihr auch in anderen Bereichen unterwegs. Und ja, dann sehen wir uns dann wieder. Euer Tela. Bis zum nächsten Mal. Ciao.